Der Feind ist dem Feind belungen, die Front in Breitachformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleibt im Raum, Keiter, Jörg, Krebs und Bordorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer schickt Sie? Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Oh, weißt du, ich darf einfach Geld auf! Der Minister hat mit Belogen! Jeder hat mit Belogen, sogar der ist es! Die gesamte Generalität ist dem Zweite als ein Haufen niederverrestiger Treude unserer Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrüchen... Ich sage Feiglinge! Verreicht ein Verzahler! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch kein Meist des stolzen Falsches! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lachen, wenn man Messer und Krabbel hält! Jahrelang hat das Militär mal eine Aktionen nur behindert! Es hat mich jeden nur als das gegen Widerstand in den Weg geleckt! Ich hätte gut daran getan! Vom Jammaren alle Höreroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie! Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat gehübt am deutschen Volk! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das Zaufe in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, erfen Sie sich gewaltig! Eher jagt ich mir eine Kugel durch den Kopf! Ich ich bin cable umgeтеubendre, machen wir blow Glas in Nine! Du bist immer so morge! Dann doch immer so viel 대통령er! Und dann dürfen wir unbedingt parts었던 Befehle, dass ich das Ab daylight schläge vornehme, was ich das Generationen zu machen. ich bin Tiananatives magier, ich bin weber,